Was könnte, was müsste vielleicht EU-Chefin von der Leyen tun? Von der Leyen? Zurücktreten. Die hat so viel Dreck am Stecken. Das ist ja unfassbar. Ich kann das hier nicht sagen, weil die Schweizer das hören, aber verhandelt die EU in einen Überwachungsstaat und eigentlich einen Spielball für große Konzerne? Ich kann hier nicht weiterreden, entschuldige, sonst... Das kommt in der Schweiz nicht gut an, also müssen Sie verstehen. Bis zum nächsten Mal.